Willkommen zurück zu eurer Minecraft-WG. Wir haben heute ein kleines Problem und zwar ist das Der Pirat ist krank Ja, der hat seine Plastikfiguren wahrscheinlich verloren Ich glaube auch Er hat irgendwas von Magenspätzen gesagt Wahrscheinlich hat er die Plastikfiguren gefressen Oh ja, gab es bestimmt zum Frühstück mit ein bisschen Mayonnaise und Ketchup Weiter bitte Ja, die Fee kommt später und unser Gast hat sich irgendwas gebrochen Ist im Krankenhaus Es ist halt also Freitag der 13. Haben wir gerade schon beschlossen Klingt irgendwie ganz, ganz angenehm Ja Dann schauen wir mal, dass wir heute irgendwie Diese Aufnahme steht, wo wir alle gut sperren Ja, also wir fangen zu dritt an und enden dann zu viert So hoffen wir dann zumindest Ihr werdet es schon hören, wenn ihr es hier reinjoint Ja, das werdet ihr bestimmt hören Ja Übrigens, unsere Zuschauer wollen, dass wir das nächste Mal in der nächsten Staffel Turmbau-Only machen Echt? Nein Doch Doch No Oh geil, doch Der hätte ich voll Bock drauf Als Stil nur noch Türme Ich meine, ich baue ja sowieso nur Türme Ich kann ja eigentlich nur Türme bauen Du kannst nichts anderes als nur Türme Aber bitte, das Strandhaus ist ja wohl kein Turm Das ist zwar mickrig, aber es ist ein Strandhaus Türme klingt doch sonderer Aber da bin ich dabei Ja, Türme sind ja nicht so Unser Lager wird erstmal ein Turm Alles wird einfach ein Turm Wenn wir überlegen, unser altes Lager war ja fast ein Turm Nur unterirdisch, ne? Ja, schon Ich muss noch eine Richtung jetzt in meinen Turm reinbauen Ich hab noch keine Lust Ich hab den Turm jetzt fertig Jetzt Einrichtung Du hättest auch noch eine Richtung in das Zwergendorf machen müssen Muss ich auch noch Ja, kommt irgendwann mal Wenn mich der Einrichtungswahn mal irgendwann packt Also nie Ja, also Dafür 999 Folge 300.000 Ich sorg dafür, dass ein paar Gebäude entstehen Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich hacke Holz Und kümmere mich ums Essen Ihr Schweine schreit nach Fleisch Schweine schreit nach Fleisch Ja Irgendwann verarbeite ich euch zu Steaks Interessant Mh, lecker Mh, Miefsteak 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 Was macht der Mief? Du sagst, mag die Schmerzen Scheißwetter Was macht der Mief? Zwerg ist ja schon wieder Baut er auch irgendwas? Was? Oder Farmzimmer oder wie immer? Ne, der Mief baut Oh, der Mief baut, wo denn? Ähm Muss er überlegen Was hab ich eigentlich schon Ich hab schon so viel gebaut Das Zwergendorf, den Turm da hinten Das Strandhaus Das Haus da ganz irgendwo Das Haus hier vorne Ich fang so viele Sachen an und baue die irgendwie nicht fertig Das ist irgendwie Ja, das hab ich ja auch das Problem Ne, ich bin an dem selben Berg, wo ich mein Bad Zeugs reingeballert hab, genau Da bin ich, äh Warte, gucken wir hier rum Links davon, an der Bergseite Ich guck mal da rüber Da kam mir eine gute Idee Ah, irgendwie ist Nitrado in letzter Zeit total Es baut sich bei mir total schäbig, total schlecht auf Alles die ganze Welt Schäbig, es ist schäbig Haben aber momentan alle die Probleme Ja, es schreckt, oder? Oh nein Doch, das ist abartig Das ist richtig widerlich Dein Quarzhaus ist ja noch gar nicht fertig Nö, noch lange nicht Du bist links davon, ne? Du bist gar nicht in deinem Quarzhaus drin Ne, ne, ich bin links davon Hat er doch gerade gesagt Ja, 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 ja Ich hör doch immer zu, wisst ihr doch Ich bin der Oberzuhörer Ja, total Ich renne jetzt eigentlich nur rum, weil ich mir noch entscheiden muss, was ich denn bauen will Ja komm, irgendwas wird dir auch noch einfallen Ah, du hast hier was eingebaut, ich seh schon Hast du zu viel Redstone? Ja Ich seh schon Der Junge geht doch ständig in der Mine Ich wollte gerade sagen Einmal kurz runter und hol da mal wieder so 10 Stacks von Was wird das denn hier? Ähm, das soll so eine Festung im Deck werden, aber wie sich das nachher entwickelt, das werden wir dann sehen Das ist Minecraft, ne? Das ist Minecraft, das könnte auch was viel größeres werden Das ist Minecraft! Okay Könnte noch irgendwas ganz anderem enden Minecraft Am Ende wird es ein schönes, gemütliches Wohnzimmer Wie wäre es denn, wenn ich hier einen Turm hinbaue? Ah, wie innovativ! Überall Türme Hier ist doch Platz Außenposten Außenposten Da kommen dann überall Endertruhen hin Wenn wir dann was brauchen Okay, also kein Turm Dann ziehen wir dann dadurch um Ich darf kein Turm mehr bauen, okay Awww Das könnte ich dann mal machen Was brauchen wir denn noch? Lass mal überlegen Ähm Was brauchen wir noch? Wir haben, glaube ich, alles Achso Ja, dann locke ich mich aus Tschüss 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 Bis nächste Woche Wir machen das ruhig weiter Wir zocken einfach so auf dem Server Chillen da rum Ja, das könnte ich dann jetzt Muss ich mal überlegen Ich denke, ich hole mir auch schon mal Haben wir irgendwo schon dieses rote Holz? Ähm, diese komischen krummen Bäume? Du meinst Akazien? Ja Äh, nein Äh, nö Oh, ist denn hier ein Loch, ey Äh, 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 ähmm Ja 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 WtHS WtH WtF 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 Ok, wir haben uns nur noch kein Akazien WtF Zu viel Meatcake vicinity ictions So Nee, nicht immer. Aber immer öfter. Nee, ich rufe immer weniger. Ja, ich gucke immer so alle zwei Monate rein, habe ich einen großen Vorrat an mich, was ich von ihm gucken kann. Ich will diesen Enderman. Wo ist er? Ah, er portet sich zu schnell. Ich werde mir jetzt erstmal mal Holz holen, und dann werde ich was bauen. Er ist einfach zu schnell, das sagt auch seine Frau. Ist ja mal was ganz Neues. Was Innovatives. In Minecraft was bauen ist schon irgendwie... Komm her, du scheiß Enderman jetzt. Komm her. Das ist ganz Besonderes. Ich gucke ihn einfach an, vielleicht greift er mich dann an. Kann sein. Er sagt dann so, was guckst du Alter? Vielleicht ignoriert er dich auch einfach. Ich gucke dich an, er knurrt. Er knurrt. Ah, der ist aber auch... Der will nicht mit mir kämpfen. Ja, der hat Feierabend. Jetzt habe ich ihn einmal erwischt. Feierabend. Da fällt mir gerade ein, es läuft gar keine Musik bei mir. Wenn man mir steht, dass Musik läuft, aber es läuft gar keine. Bei mir läuft irgendwie auch. Ich mach mal hier auch Play. Jetzt läuft auch mal das Lied, was die ganze Zeit da oben schon steht. Alles gut für euch? Nö. Bei uns? Zwei für einen Arzt rufen. Der Pirat hat ja was zu tun. Der baut seinen riesen Ozeandampfer da. Ja. Und ich kümmere mich ums Holz. Und ums Essen. Ich bin voll ausgelastet. Muss ich wohl einen Turm bauen. Und ich baue einfach irgendwas und mache das dann nicht fertig. Einen größeren Turm. Einen noch größeren Turm. Einen noch größeren Turm. Ja, viel Spaß beim Dingensammeln. Sand oder sowas. Was es diesmal wird. Ich nehm irgendwas einfaches, was man viel findet. Cumblestone oder? Dreck. Cumblestone. Dreck ist auch gut. Dreck Cumblestone, tu. Cumblestone haben wir genug von. Dreck kann man auch. Der spawnt einfach überall. Dreck. Oh, Dreck. Schon wieder. Oh, Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Ach ja. Und wie war eure Woche so? Ich hab Assassin's Creed 1 durchgesuchtet. Hab Bioshock durchgesuchtet. Ja, es geht. Ich hab pro Nacht so circa drei Stunden geschlafen. Äh, jeden Tag so circa zwölf Stunden gearbeitet. Läuft. Ja. Du bist ja verrückt. War nicht viel Zeit. Ne, ich bemute an, ähm, Springkraft, ähm, als Nebenjob. Springkraft als Nebenjob. Ja, das ist... Das... Das... Also, also Springer in verschiedenen Betrieben. Und ich mach dann meistens, ähm, fang ich dann abends um zehn an in der Disco. Bin dann da um Getränke mixen. Oder bin dann ab und zu mal irgendwo im Lager unterwegs. Oder... Je nachdem, wo ich dann gebraucht werde. He is jumping. Schon mal angefangen, dass man im Boot keine Hungerleiste hat? Ne. 16. Mir ist grad aufgefallen. Wird dunkel. Ja, jetzt bin ich grad im Boot. Guck mich mal mit in den Euren. Es ist dunkel. Es wird dunkel. Boot, 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 Boot. Ja, ihr könnt gleich ins Bett gehen. Ich fahr ja rüber zu meinem anderen Haus. Und dann, ähm... Boot, 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 Boot. Und dann... Ich fahre der untergehenden Sonne entgegen. Sollte du mir vielleicht mal ein Bett mitnehmen. Aber ich weiß wo. Ich weiß nur noch ein... Das ist wahnsinnig. Vielleicht sollte ich hier mal ein Turm hinbauen. Ein Drekturm. Meinetwegen kannst du die komplette Map voll nageln mit Türmen. Da hab ich kein Problem mit. Du magst Türme, oder? Türme sind cool. Seh ich genauso. So. Ich bin im Bett. Ihr auch? Ich auch. Ich... Ich sofort. Ich muss grad einfach eins finden. Ich fliege gut. Ich fliege... Ich fliege... Ich bin in meinem Haus mit den gelben Fenstern. Habt ihr das überhaupt schon mal gesehen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Nicht gelbe Fenster. Ist das nicht das Berghaus? Hier, ähm... Ne. Das ist, wenn ich über Ozean fahre. Das hab ich schon gesehen. Ne, das kenn ich nicht. Doch, doch. Du hast es schon mal gesehen. Ich... Ich hab schon gesehen. Das war cool. Bett? Ja, sofort. Bett? Und so? Ja, sofort. Bett? 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 Jetzt geh ich nicht ins Bettman. Jetzt musst du dir vorstellen, dass Raza so mief anpokt. Bett? Bett? Ah, ah, ah. Ähm... Ja. Ach ja. Die Voice hat eine lebhafte Fantasie. Schon. Aber hey. Besser als gar keine Fantasie. Fantasieiii. Oh. Sag mal, wo kommst du denn her? Warum sind alle Schlümpfe blau? Weil sie saufen wie die Sau. Nanananananana. Nicht wirklich? Ich weiß nicht. Ja. So ganz spontan ist hier weiß ich das nicht. Ah, herrlich. Ich dachte das wäre so. Dann macht der Pirat Tatsache heute blau, wa? Ich jetzt. Das muss ich überhaupt nicht glauben. Immer diese Rumsaufschmude. Ja, schrecklich. Unglaublich. Der hätte gestern nicht so rumtrinken sollen. Das geht so nicht. Rumtrinken? Richtig jetzt. Na deshalb hat er die Bauchschmerzen. Ja natürlich. Wart ihr dabei? Ja ne, aber das war der einzige... Der logische Schloss. Er ist ein Pirat und... Er hat Bauchweh. Und er hat Bauchweh also... Rum. Kann nur... Du hast recht Mif, du hast recht. Da habe ich einfach eins und eins zusammengezählt. Oh, kannst du das schon? Oh. Ausnahmsweise. Aber nur weil heute Mittwoch ist. Dann verlierst du das viel. Wo hast du das gelernt Mif? Ich will da auch hin. YouTuber können sowas nicht. Die haben keinen Schulabschluss. Was? Schule? Was ist das? Aber echt Voice, jetzt fragen sie noch ziemlich viel von uns hier, ne? Also Voice, ne? Jetzt mal ehrlich. Ich habe gestern ein super Video auf YouTube gefunden. Da siehst du, wie sich vier Schüler aus dem Schulgebäude rausschleichen und zum Strand fahren. Dann gehen die halt durch den Zaun. Das ist ja ein Sperrgebiet. Und ähm... Ja, die einen sind im Wasser und machen so kleine Wasserspielchen. Die anderen wollen gerade im Gebüsch verschwinden. Ja. Wollen gerade im Gebüsch verschwinden. Da läuft die Frau auf eine Miene und pfff. Und dann sind alle vier tot. Und dann steht auf dem äh... Klingt nach einem lustigen Video. Ja, steht aber am Ende dann ähm... Im Video. Du hättest besser in der Schule bleiben sollen. Also das Video war super. Es war so einfach so totaler Mindfuck. Ich liebe solche Videos. Okay. Du guckst nach How to Basic, ja? Nein. Das sagt mir nix. Das ist ja ein zu... Das ist dir zu viel Mindfuck? Such mal nach How to Basic und dann guck dir mal an, wie er ein Wopper macht. Das ist ein super Video. Ach, sind das diese ähm... Das ist total verstörend. Ach, sind das diese... Sind das diese Videos mit so einem hier so... Vier Gramm, tausend Butter, pfff! Hau drauf, die Scheiße! Ich guck's dir einfach an. Okay. Na, später. Nicht jetzt. Nee. Also... Da denkt man sich auch nur... Okay. Ich krieg schon ähm... Ja, aber nicht, ne? Ich krieg schon ähm Diabetes, wenn ich nur dazugucke. Ach ja. Nee, How to Basic ist schon ähm... Eigenartig. Verstörend auf seine... Ganz äh... Charmante Art. Aha. Okay. Angst. Es ist schon sehr verstörend irgendwie. Ja, doch. Also... Das ist schon... Es ist besonders. Ein... Ein wenig. Es ist ähm... Ja. Besonders. Man muss etwas einfach mal gesehen haben. Das kann man es nicht beschreiben. Man kann es auch lassen, aber... Din, 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 Din. Ich kenn die doch Voice. Oder hast du schon wieder zu viel LeFloid geguckt? Komm, gib's zu. Also nach meiner Meinung hat LeFloid schon lange darüber kein Video gemacht. Ne, hat er auch nicht. Aber ist ja egal. Ist doch egal, er hat doch nichts zu tun, hallo? Aber im Prinzip machen die alles selber. Irgendwelche komischen News verpackt in einer eigenen Art und Weise. Kann ich auch, aber ich glaub das guckt sich da keine an. Ist ja auch nicht bekannt. Weil dich keiner sehen will. Du musst erst bekannt werden, dann kannst du sowas machen. Ja, ist ja kein Problem. Ist die Polizei bei euch oder bei uns? Ah, hier. Ne, ist die Feuerwehr. Die holen dich ab. Die holen dich ab. Das ist die Feuerwehr, was brennt denn hier schon wieder?